Kein Dach überm Kopf, aber einen schicken Wagen. Mieten Sie unsere Cabrios ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mein Name ist Yannick Martens und ich spiele zur neuen Saison beim SC Condor. Und meine Top 3 Momente meiner Fußballkarriere sind diese. Auf Platz 3 war es, dass ich nach anderthalb Jahren Verletzungspause in der A-Jugend endlich wieder auf dem Fußballplatz stehen konnte. Ich hatte eine lange OP, war ein Vierteljahr auf Krücken und da war ich einfach nur wieder glücklich, Fußball spielen zu können. Mein Top 2 Moment war, als wir mit der Landesauswahl von Schleswig-Holstein damals gegen den FC Schalke 04 gespielt haben. Und ja, ich durfte vorne ran gegen Marcelo Bordon, habe allerdings keine Schnitte gesehen, weil er, naja, einfach eine Maschine ist. Und mein Top 1 Moment ist, als ich in Amerika Fußball gespielt habe, für die University of North Carolina in Greensboro. Da sind wir beim Aufwerben, war nicht viel los auf der Tribüne. Gehen wir rein in die Kabine, kamen wieder raus aus der Kabine zum Spiel und auf einmal waren da 4000 kreischende und schreiende College-Studenten auf der Tribüne, die uns dann zum Sieg geschrien haben. Und das war schon ganz geil und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017